Es ist Fini! Die Blaulichter überschlugen sich. Oder wir haben es mal wieder mit einem absoluten Volldeppen zu tun. Knossi wurde während seines Livestreams geswattet. Ein Zuschauer hat mehrere Polizeistationen angerufen und diese vor sein Haus geschickt. Man kann ja von Knossi halten, was man will. Aber wie kann man so ein Idiot sein und Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr einfach grundlos rufen? Absolutes Synapsen, Mikado. Mutter, Vater, alle hier. Es gibt noch einen Bühler-Polizei. Warum? Warum muss man sowas machen? Warum? Nicht schön. Wirklich. Ganz, ganz schlimm. Wir sind live in der Show. Sag's den Leuten. Ja, aber das hat nichts mehr mit Spaß zu tun. Hier sind Einsatzkräfte, alles voll. Hier ist alles, was die ganze Ortschaft hat. Nicht nur die Ortschaft von Bühl, von überall kommen sie. Ich nenne das jedenfalls eine Straftat. Gehen wir mal davon aus, es werde zu diesem Zeitpunkt wirklich irgendwo was passiert. Menschen würden sterben, weil irgendein pubertierender Sonderschüler ohne Haare am Sack die Polizei zu Knossi geschickt hat, damit ihm einer abgeht. Hoffentlich bekommt derjenige, der das gemacht hat, eine fette Strafe und kann schön abdrücken oder, so wie es das Strafmaß zulässt, sogar ein bisschen hinter Gitter Zeit verbringen. Ich meine, wie kommt man auf so eine dumme Idee, sowas zu machen, ohne die Konsequenzen in Betracht zu ziehen? Armer Knossi und seine Eltern, die sowas miterleben mussten. Man kann nur froh sein, dass bei dieser ganzen Aktion niemand verletzt wurde. In den USA gab es ja schon zig Fälle, wo man gesehen hat, wie weit das führen kann. Das tweet's ja jetzt mal kurz außen vor. Wer sich einen Spaß daraus macht, irgendwelche Promis zu swatten, ist nichts anderes als gesellschaftlicher Abschaum und ein Mittelfinger an alle Menschen, die 24-7 auf Polizei und Rettungskräfte angewiesen sind, aber stattdessen dann vor dem Streamer an der Tür stehen. Das ist gleichzusetzen wie ein illegales Autorennen, eine fahrlässige Tötung bevor diese stattfindet. Wer sowas macht, nimmt von Beginn an in Kauf, dass Dritte durchaus ihr Leben verlieren können. Und da fehlen mir einfach die Worte. Haltet die Ohren steif, euer ungeschminkter Blackscreen.